Willkommen wieder zurück auf meinem Kanal ist wieder euer Berlina zu einer neuen Folge oder mal wieder einer Folge Rainbow Six Siege. Ja und wir sind dabei nach ewigen Zeiten mal wieder eine Runde zu zocken. Ich werde sowas wieder von schlecht sein, weil ich wochenlang nicht gespielt habe. Und wenn ich was gespielt habe, dann nicht so taktisch ist. Ich habe eigentlich, wie Hitze war, so gut wie gar nichts gemacht. Habt ihr ja selber gemerkt. Aus dem einfachen Grund, es war überhaupt nicht möglich. Also es war echt heftig. Und ich hatte hier Mordstemperaturen im Zimmer. Und ihr habt ja selber gemerkt, ich habe in der Zeit auch sehr wenig gemacht, weil ich hatte hier 39 bis 43, 44 Grad zwischenzeitlich. Was echt heftig war. Und wenn ihr dann so wie Ecke drei Monitore anhabt oder noch vielleicht am Tag noch einen Firmenrechner anhabt mit einem vierten Monitor. Oh, hier geht ein. Hier geht so ein. Die Dinger haben so eine Wärmeentwicklung. Und vor allem habe ich noch so eine doofen Monitore hier im Moment, die ein bisschen wärmer werden. Und bei mir im Dachgeschoss ist der selber eh schon warm. Und dann sitze ich auch noch in der Nische hier drin. Da kommt er noch krasser. Also das ist ziemlich heftig. Aber ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Jetzt wird es auf jeden Fall wieder mehr Videos geben. Ein bisschen Stress noch nebenbei gehabt. Aber ist egal. Und ja, wird schon, wird schon. Und da ist hier das beste Beispiel. Da zieht wieder einer neben dem Spielen ein 4K-Porno. Wir warten jetzt bestimmt schon drei Minuten da drauf. Und es geht los. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Ich fahre gleich in den Keller. Ich vermute, dass sie da sind. Und hoffe ich. Ne, hier sind sie nicht. Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert. So, da hinten drin im Büro wieder. Ah, shit. Ich wollte gerade an den Tisch fahren. Oh, sehr schön. Bleib da stehen, du Vogel. Oh, jetzt auch noch markieren. Na gut, dann kann ich jetzt auch noch markieren. Geisel entdeckt. Hier hinten rein. Weil das mir immer zu risikoreich, wenn die dann da... Oh, ich kalviere aber dabei. Ah, super. Ich gehe genau an das Fenster, wo ich denke, da ist keiner. Und dann ist so ein Arschloch da. Krass, Leute. Wieso ist der denn genau in diesem Raum am Ende des Hauses? Krass. Sehr gut geschossen. Schieß auf die Füße. Ja, kanns. das Ding mal ein bisschen runtergefahren. Der kann mit umgehen. Ah, schade. Du, die Jungs. Boah, zappelt der um. Zauberkrebs. Kavira hat ihn erwischt. Ich glaube ja, ne? Ja, Kavira. Die hat dadurch die Position gehabt. Weil sie einen anderen erdeutscht hat, denke ich mal. So, und das geht in die zweite Runde. Wir haben wieder abgelost. Hier sind wieder Vaikyre. Tachanka, Bandit, Pulse und Castle. Tachanka finde ich gut. Da haben sie ja jetzt auf die Waffe noch das Schild vor einer Weile drauf gemacht. Finde ich cool. Hat gefehlt. Oh, nee, oder? So, das geht los in die nächste Runde. Auch wenn wir wieder ablosen. Den Raum sicher. So, hier mal nochmal ein paar Steifen die Wand. So, ich werde mal da umgehen. Mit oben das Ding abzulegen. Da ist er. Gute Arbeit. Standort der Geisel weiterhin unbekannt. Super. Begegnet euch. Kontakt zu Geisel. Begegnet euch. Kontakt zu Geisel. So, ach so schnell. Ich habe gar keine Stimme. Ich kann ja mal hier ein bisschen rumdrehen. Okay. So, jetzt ist das. So, jetzt. Okay. So, jetzt hab ich. So, jetzt ist die Waffe. Und wenn ich die Waffe. So, jetzt hab ich. So, jetzt bin ich. So, jetzt bin ich. So, jetzt bin ich. Zauber 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 Scheiße! Mist, Leute. So ein Pech. So ein Pech. Der hat die Geisel erschossen. Ah, nee, noch nicht. Ich habe gedacht, er hat die Geisel erschossen. Ich habe gedacht, er hat die Geisel erledigt, Leute. Na gut. Das ist schon heftig. Mir ging wieder voll aus dem Sack. Aber es lief ja einen Ticken besser jetzt. Nur schade, dass ich halt die Bombe nicht vorher geworfen habe. Schade, schade. Ich habe eigentlich ahnen können, dass der da hinkommt. Aber naja, da fehlt mir wieder die Spielerfahrung über den Zeitraum. Aber es sieht ja so ein bisschen gut aus. Drei Eliminierungen wenigstens. So, und die nächste Runde. Ich fahre jetzt wieder in den Keller. Nee, doch, ich fahre in den Keller. Nee, Keller sind sie nicht. Oben. Ah, ich hänge. Zehn Sekunden bis Einsatz. Einsatz in fünf Sekunden. Okay, diesmal ist er da. Geisel in Sicht. Okay. 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 Seh mal, die Kamera ist so schwer. Vielleicht weiß die Position also nicht aus dem Kopf. Habe ich jetzt doof? Den Eindruck kann ich so langsam haben. So, hier ist die, wo die sind. Einen draußen entdeckt? So, kam ich nicht von hier oben auch rein? Nee, kam ich nicht hier. Sprengladung wird platziert. So, hier ist die. So, hier ist die. So, hier ist die. So, hier ist die, wo die sind. So, hier ist die – ich bin. So, hier ist die. Ein Gegner verbleibt. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgt. Herr Proll, sehr schön. Läuft doch! Läuft doch! Sieht mal ganz gut aus. Wir sind nur zu viel. Der ist doof. Der ist richtig doof. Zehn Sekunden. Begegnet der Sichtkontakt zur Geisel. Kamera wird aktiviert. Lade-Magazin! Kamera wird aktiviert. So, dann gucken wir da mal. Ich habe die Wand verstärkt. Schnell ist auch nicht aus. Aber wenn man es nicht so fliegt, kann man es schlafen lassen. Mission gescheitert Scheiße Scheiße Ist wieder einer raus Verloren Schade Schade Leute Ich hoffe die Folge hat euch trotzdem gefallen Auch wenn wir abgelost haben Bis zum nächsten Mal Euer Berliner Bye Bye